so hallöchen willkommen zu let's play minecraft auf der playstation 4 so ja wie man sieht ein bisschen leicht verändert ja ich habe mir gedacht komm mal ein anderes texturen paket ja ist noch was anderes wie sieht es denn hier aus ich kann es ja reingemacht dass man jetzt hier was was denn jetzt hier kies also die werkbank stimmt mal erstmal hier so kommen ja heute was einschmelzen genau er meinte ziemlich viel eisenerz ja so ein bisschen was kommt ein schmelzen wir mal ein der eine kommt da rein redstone das ist auch nicht alles da rein war also folie schlimm 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 so okay erst mal nein na und die erst mal hier so ach komm was soll's machen wir gleich 32 rein so ein pflastersteine steine machen was denn eisenerz ein bisschen dran gewöhnen wie das jetzt hier so aussieht kommen wir gleich noch und zweitens was sollen das jetzt hier so waren das hier genau da können wir doch noch wunderbar ein hier oben hinstellen und da kommen die anderen die rein so dann noch einmal noch ein 64 stick genau so was soll ich denn jetzt so jetzt haben wir das kies war das jetzt kann ich auch die restlichen sachen da wieder reinpacken jetzt passt das auch dann alles hoffe ich doch vorher schon hatte ich da schon welche wunderbar jetzt kann ich das also rein machen hat auch gepasst ja schön die werkbank die würde ich eigentlich hier lassen ich möchte noch mal zwei neue tun aufstellen die sollen mich oben auf dem berg dann aber die 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 ja was die keine ahnung habe ich gerade vergessen warte mal machen wir das so das machen wir hier weil ich muss eh nachher noch einmal zurück weil habe ich auch schon was ja ne gut kommt jetzt mal erst mal hier und zwar so alles weg dann stöcke und dann machen wir achst achst baum so ich komme jetzt hier hin tack 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 ja so kann ich schon schlafen neun nacht schlafen ok jetzt also ist noch hält draußen ich könnte ja auch so super oder kraften damit ich immer weiß was der tagezeit gerade ist ne so es ist ganz alles ungewohnt aus jetzt hier mit dem natur text natur texturen pack so ok da hinten ist unser belchen da brauchen wir ja was hin aber jetzt machen wir erstmal hier so einen kleinen kahl schlag bei holzbaum auf jeden fall auch also fangen wir ja komm ich stehe ja auch genug rum also nehmen wir ein bisschen was hier mit so aber ich werde dann sowieso zack 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 hier durch ich will jetzt ja keinen mammutbaum weg machen wird keiner sein ne gut so ich werde auf jeden fall vielleicht noch mal zurück in die andere behausung so und mal gucken da nach dem rechten gucken da vielleicht auch schon mal was hinbringen kommt ja mit dem ja gleich mit da müssen wir auch mal ein dach machen so ja und hier habe ich eigentlich auch noch gar nicht irgendwie mal so eingezäunt oder so also müsste ich auch was machen da jetzt wird es dunkel oder was langsam oder sie zwischendurch aus ne so mehr kommen aber ich jetzt auch hier weg zack 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 brauchen wir auf jeden fall noch holz müssen auf jeden fall auch auf dem berg da oben auch genug sachen mitnehmen dass wir da dann wo ist es langsam dunkel oder doch ne ja guck mal da sehe ich diesen einen durchgang da ne so kommen wir schnell runter hop hop da gehen wir halt mal schnell schlafen bevor wir gleich noch mal rundschlag mit bollen machen so ja gute nacht und ab ins bettchen so fällt gerade auf ich habe gar nichts zu essen dabei ne ist hier gar nichts mehr hab ich alles echt verputzt das fleisch nix gar auch hier ein bisschen getreide super geil kann ich mir zwei brote machen schön ach genau deswegen wollte ich nämlich auch zurück ja da war doch was da war doch was und zwar wegen garotten und sowas weil da wollte ich mir nämlich ganz gerne hier auch mal was pflanzen als wissen es oben auf dem werk sage ich mal so wegen das köchelt schon vor sich hin wunderbar und zwar wegen ja dass wir hier auch das auch haben was zu essen halt so gut zack 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 ach schön wie hell nacko sieht es auch lustig aus hier ne so ob das sammeln wir ein weil ich weiß gar nicht wie das hier ist ne wegen wenn ich jetzt hier so ne halt deswegen ob ich hier irgendwann die ganze gegend ausrotten kann auch oder ob immer wieder neues bauen ich weiß gar nicht wie das hier ist so weil sonst müssten wir doch anfangen irgendwann auf jeden fall tiere zu züchten und wieder was auszusetzen weil ganz alleine wollte ich ja nicht auf dieser welt herumlaufen so kommt das mit so was auch mich auch immer wieder so ein bisschen hört und so ne ist ja immer wieder das thema mit dem der sterbe hilfe ne also ich weiß ja nicht wie ihr das seht ne aber ich also wenn ich dann so ein dem und apfel wenn ich da so dämlichen katholiken reden hören dann so das geht nicht das ist nicht gut und nur aus kostengründen weil vielleicht irgendwann leute sterben oder sowas ne ich meine geht es eigentlich noch hat der sind noch alle erstens ne es ist ein unterschied ob ich querschnittsgelehnt bin was ja auch schon schlimm ist ne aber außer ich nicht außer nicht mehr laufen zu können was auch schon alles ist ne das ist ja kein grund zum sterben zu wollen ne aber wenn ich überlege ne todsterbens krank zu sein tagtäglich zu leiden schmerzen zu haben und damit meine ich nicht schmerzen wie einmal in sag mal einmal ihren finger geschnitten ne oder morgens mit einem kleinen zeh vor den schrank gelaufen oder so ne und so richtig akut schmerzen die ganze zeit und es ist nicht absehbar dass es besser wird ne dann ist es doch mein gutes recht zu wollen dass mein leben beendet wird und ist das schöner wenn es dann sowas wie sterbe hilfe gibt als wenn ich mich da mit letzten kräften vielleicht irgendwo vor ein auto oder bus schmeiße und noch irgendwelche anderen leute unglücklich mache so kommt nicht immer gleich mit hier ne ich meine ne erstmal ist mein wille unantastbar und die würde eines menschen ist auch unantastbar ne genau und ich habe auch das recht auf selbstbestimmung so auch noch ein settling fein fein wie alt haben wir überhaupt 40 zu wenig ne brauche ich schon einiges für dach und sowas hopp mhm gucken wir aber gleich wieder zurückfinden weil soweit bin ich ja jetzt mal gar nicht gelaufen ne aber naja ja gut ok auf jeden Fall ja sterbehilfe ich weiß nicht wie ihr das seht ne aber also mich hat das die letzten tage doch immer so ein bisschen aufgeregt weil ich das verstärkt wieder irgendwo gelesen oder gehört hab so ich weiß nicht wie ihr das seht aber das ist halt meine meinung so also ich bin auf jeden fall dafür so zack zack wir haben jetzt 45 reicht nur noch nicht wir haben so ein bisschen hier Platz machen ist ja genug Wald hier eigentlich außer können wir unseren eigenen Wald anlegen auch hopp und hopp hopp und hopp hopp und hopp ach ist ja auch nicht schlecht hinten der Berg oder da ist ja unsere eigentlich schon ein bisschen naja wie soll ich sagen so na Hundi ein Huhn da ist ja unsere ja schon ein bisschen mickrig dagegen ne guck mal hm Berg steigen ja nein vielleicht ja nein nee das lassen wir mal wir haben unser Bergchen da ausgesucht ne so aber schön sieht ja trotzdem aus gut ähm den dem Mauler mit komm vielleicht 1,64 oder zumindest voll haben mindestens ich reise auch nicht hinter jedem Zeppling hinterher weil so ist mir so ein bisschen egal davon kriegen wir eh mehr als genug und dies und so und doch ne Kuh Muku ach nein kacke das ist ein Mammutbaum hm das wollte ich doch gar nicht ach Mist das dauert jetzt das dauert jetzt oder das gehört jetzt überhaupt zu welchem hier dann oder tut jetzt schon irgendwas die kennen ach kacke Mist hm hm blöd wollte ich eigentlich gar nicht sieht doch alles ziemlich dicht aus ne ja so dann müssen mal so ein bisschen hier oh komm ich nehme auch mit mal ein bisschen hier hoch zack und zack so äh genau hier machst du auch da ne bisschen hier durch mal so ja die Eisenechse die halten doch schon noch einiges länger ne ich will gar nicht unbedingt drei stück machen müssen mal also so viele Bäume wollte ich doch auch nicht auf einmal fällen das kann ja niemanden zumuten so hm 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 aber warum kann doch sterbehilfe bei geben ach halt die klappe jetzt so äh so komm schon erwisch dich nicht oder was bist du schon der nächste Baum ja ne wahrscheinlich ne hopp voll runter so und dann gut dann gehen wir halt noch einmal hoch hopp oh oh auf jeden Fall werden das jetzt viele Sepplings hier geben mit dem Baum zack ist da noch mehr oder was das lange mal hier helfen wir mal so ein bisschen nach dann sieht das manchmal so schlecht ne aber auf jeden Fall die Texturenpakete die wollte ich auch noch so ein bisschen ein bisschen wechseln zwischendurch auch hopp voll runter so ein bisschen Abwechslung ist ne so auch das Fantasy und sowas ich hab ne jetzt glaube ich neuer Baumschwund den lassen wir dann auch ne gut 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 na komm zack 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 alles einsammeln undiii so das 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 hm mach mal eine Axt noch kaputt na die mach mal kaputt die eine Axt oder klar äh an dir hopp hopp so hm guck ich hab auch Sterberhilfe geleistet ne war gar nicht schwer so hopp zack hopp das nehmen wir auch mit also es hat geleide es hat genau es hat geleidet ne geleidet genau es hat Qualen gelitten ähm noch irgendwas runtergefallen hier ja nein vielleicht ne ne und ne ich nehmen wir jetzt noch hier die Reihen lichten sich doch hier langsam mal so ein bisschen ne war hier nicht am Eingang auch ein Baum der ging mir auch irgendwie auf die Nerven glaube ich irgendwas war doch da ne zack zack hopp hab ich jetzt alles hm hab gar keine Schaufel mehr ne so wie viele Pferd haben wir eigentlich eingesammelt ja nicht grad viel ne so was macht denn eigentlich die Kohle unten gleich mal gucken was macht denn die Kohle eigentlich da unten ja super da ich mein ja durch das Eisen ne weil das kann ich denn ja schon mal mitnehmen hab ich denn jetzt noch nicht ne was war das so wie geht es denn aus schon noch ein bisschen Zeit ne ja ich sollte mir vielleicht doch mal so eine Uhr quaften ne äh naja ein bisschen Zeit ist noch ne was ist das geht das jetzt hier weg oder nicht hab ich ja was vergessen ach da ist noch ein das ist ein anderer Baum deswegen so hm 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 so hopp hopp so bum bum und durch ein Geil Sorku ich lass dich leben so hopp hopp so welchen Baum machen wir noch weg dass hier so schön luftlich wird sieht man vor allen Dingen auch wenn irgendwas um die Ecke gesprungen kommt ne so hopp das das